Johann Benedikt Listing, Physiker, 1839 bis 1882, Prinzenstraße 21. Diese Gedenktafel befindet sich auf der Hofseite des Gebäudes. Johann Benedikt Listing, geboren am 25. Juli 1808 in Frankfurt am Main, gestorben am 24. Dezember 1882 in Göttingen, war ein deutscher Mathematiker. Er studierte Mathematik und Architektur an der Universität Göttingen, besaß jedoch ein viel breiteres Spektrum an Interessen, darunter Erdmagnetismus und physiologische Optik. Er promovierte 1834 in Göttingen. Anschließend machte er eine dreijährige Reise mit Wolfgang Sartorius von Waltershausen, um die vulkanischen Aktivitäten des Ätnas auf Sizilien zu untersuchen. 1837 wurde er Lehrer des Maschinenzeichnens, der Maschinenlehre und der angewandten Mathematik an der höheren Gewerbeschule zu Hannover. 1839 außerordentlicher Professor der Physik und 1849 Professor der Mathematik in Göttingen. Durch seinen Mentor Karl Friedrich Gauss begann Listig, sich auf die Topologie zu spezialisieren, die zu dieser Zeit noch Analyses Situs genannt wurde. Er verfasste 1847 mit den Vorstudien zur Topologie ein Lehrbuch zur Topologie, wobei er diesen Begriff bereits zehn Jahre zuvor in seinen Briefen verwandt hatte. Durch dieses Buch ging der Begriff in den allgemeinen Gebrauch über. Unabhängig von August Ferdinand Möbius entdeckte Listing 1858 die besonderen Eigenschaften des Möbius-Bandes. 1861 wurde er Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. 1861 wurde er Mitglied der Akademie des Möbius-Bandes.